Wie alt bist du? Also ich bin 17 Jahre alt. Und welches Thema hast du ausgewählt? Unique, jede Geschichte zählt. Und was war deine Geschichte, die du in diesen Text eingebracht hast, oder Gedanken? Eine spezielle Geschichte, die mich besonders betrifft. Und lassen Sie sich einfach überraschen. Okay, ich bin gespannt drauf. The stage is yours. Einen wunderschönen Nachmittag, liebes Publikum, liebe Jury. Mein Name ist Dennis Mosilowitsch. Ich habe das Thema Unique, jede Geschichte zählt, ausgebildet. In einem kleinen Dorf lebte vor 55 Jahren ein kleiner Junge. Mit einer glücklichen Familie. Alles war perfekt. Als eines Tages die Mutter des Jungen draußen die Wäsche in einem kochend heißen Kessel waschen wollte, passierte es. Nach ein paar Monaten starb auch die Mutter an einem gebrochenen Herzen. Weil sie den tragischen Verlust der Tochter nicht verkraften konnte und immer depressiver und schwächer wurde. Der Junge, der zu dieser Zeit gerade einmal drei Jahre alt war, war nun mit seinem Vater und seinem großen Bruder auf sich alleine gestellt. Und musste sein Dasein ohne seiner geliebten Mutter und ohne seiner Schwester, die er sehr vermisste, fristen. Da der Vater aufgrund des Geldmangels nach Österreich arbeiten gehen musste, da man dort mehr verdient, wurden der kleine Junge und sein Bruder zu ihrer Großmutter geschickt. Bei der sie fünf Jahre ohne den Vater aufwachsen musste. Heute haben sie in dieser Zeit nicht mehr viele positive Erinnerungen, da sie ihren Vater sehr vermissten. Nun waren sie nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Vernachlässigt, traurig und einsam fühlte sich der Junge nun. Lob und Liebe gab es nur für seinen kleinen Stiefbruder. Der Junge wurde älter und älter und verfolgte sein Ziel, ein glückliches und erfolgreiches Leben als Fußballer zu führen. Jeden Tag trainierte er, um der Beste zu sein. Er wollte allen zeigen, dass er etwas Großes erreichen kann und er kämpfte dafür, seine Familie einmal ernähren zu können. Es war sein größter Wunsch. Ein Anruf änderte plötzlich alles. Träbao biigrati u omladinskoje repräsentatziu srbi, na kon godinu dana doboje ponudu austri. Da ist dort finanziell um einiges besser war als hier. Entschied er sich dafür, dort zu spielen. Er kam seinen Traum immer näher. Doch dieser wurde im Bruchteil einer Sekunde zerstört, Er investierte beinahe sein gesamtes Geld, das er während der Fußballkarriere verdiente, in eine kleine Bar. Anscheinend war das Glück endlich einmal auf seiner Seite. Die Bar lief hervorragend und nach nicht einmal zwei Jahren hatte er sein investiertes Geld wieder in der Kasse und konnte schwarze Zahlen verbuchen. An einem sonst so gewöhnlichen Arbeitstag schien es das Schicksal wieder einmal gut mit ihm gemeint zu haben. Liebe auf den ersten Blick. Etwas, das für viele als sehr unwahrscheinlich gilt. Auch die Differenzen aufgrund ihrer Herkunft konnten sie nicht stoppen, sich ihren Gefühlen hinzugeben. Nach einigen glücklichen Jahren war es an der Zeit, den nächsten großen und wichtigen Schritt zu wagen. Aber nicht alle waren über die bevorstehende Hochzeit des jungen Paares erfreut. Die Ereignisse des Jugoslawien-Krieges, Der Junge und seine zukünftige Brot fühlten sich teilweise wie Romeo und Julia, die ebenfalls ihre Liebe aufgrund der Rivalitäten zwischen den Familien nicht ausleben konnten. Aufgrund der verschiedenen Herkunftsländer waren die Familien gegen das Glück der beiden. Auch die Beziehung litt unter den Streitigkeiten. Nun stand der Traum der beiden, eine eigene kleine glückliche Familie zu gründen, nichts mehr im Wege. Dieser kleine Wohnepoppen, der die beiden Familien vereinte, bin ich. Doch mir stellten sich bereits im Kindergarten kulturelle Probleme entgegen. Es fing schon bei der Sprache an. Daher verilte ich mich am Anfang sehr zurückhaltend und eher ruhig. Doch mit der Zeit entwickelte ich eine Fähigkeit, die bis heute ein Vorteil für mich ist. Ich lernte es, meine Mitmenschen durch die Körpersprache leichter zu verstehen. Und infolgedessen lernte ich Stück für Stück die Grundlagen der deutschen Sprache. Ich, der Sohn meiner beiden mutigen und starken Eltern, war schon immer sehr ehrgeizig. Deswegen sah ich deutsche Fernsehsendungen und versuchte mich sogar an Büchern, sofern es mir die Zeit erlaubte. Begab ich mich viel unter die Leute, um zum einen die Kultur besser zu verstehen, um mich zum anderen Stück für Stück den damals noch fremden Deutsch zu nähern. Nicht nur schulisch verwirklichte ich meine Ziele, indem ich eine weiterführende Schule besuche, auch meinen Wunsch zu Schauspielern und zu Singen erfüllte ich mir, indem ich bei mehreren Produktionen im Landestheater Linz mitwirkte und ich besuchte eine Musical Academy, bei der ich anschließend für meine Leistungen mit einer Auszeichnung für Gesang und Schauspiel belohnt wurde. Denn die gab es haufenweise. Da waren Aussagen wie Hey, du bist doch ein Jugo, wieso arbeitest du nicht auf der Baustelle? Oder ein Verachtend gemeint ist Du redest Deutschkönnen sprechen. Doch solche Sätze brachen mich nicht. Sie machten mich nur noch stärker. Und wie bereits meine Eltern, gab auch ich nie auf und kämpfte jede Sekunde dafür, meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Nehmt euch die Geschichte von meinen Eltern als Bestätigung dafür, dass ihr niemals im Leben aufgeben solltet. Kämpft für eure Familie und Menschen, die ihr liebt. Egal welche Nation, Religion oder Hautfarbe ihr habt. Oder wie schwer euer Verlust auch sein mag. Ich bin stolz darauf, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die mir nicht die Unterschiede der Kulturen, sondern die Schönheit der jeweiligen Kulturen gezeigt hat. Nur, wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Denis Moisilovic und das ist meine Geschichte. Danke, oder wie man so schön auf Kroatisch sagt, Hvala. Hvala.